Get me free Moin moine, meine lieben Freunde und seid damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Rainbow Six Sieg Spielspiel und Casual auf der Map Tower Zusammen mit Ari, Heike, äh Heike 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 Ich fang nochmal an, ich fang nochmal an Heike 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 Moin moin, meine lieben Freunde und seid damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Getri, heike Egal Egal Und, und Jan Eier So viel besser, du hast recht So viel besser Obwohl, da mag jemand TikTok Können wir mal, können wir mal, ne Ne Und ähm Und ähm Und äh Natürlich Shani und nicht Heike Warum wollte ich schon wieder jemanden kicken? Weil der, weil der TikTok heißt Wow Allein wenn ich das schon seh Da hab ich nur Leon, Alter Sorry Shani Jaja Heike Oh Alter, das stinkt aber auch Boah, wir wollen nicht wissen, was du gerade kacken tust Was? Was? Was er ausscheißt? Ich hab Leon bekommen Alter Entschuldigung Ein Kind Reicht es denn? Flo? Flo? Ja? Kennst du den einen Spot hier? Auf der, auf der Map? Ach ja, ja Wo du in so einen geheimen Raum rein kannst? Ja Nein Ja Doch Ah Mensch Heike Alter Guten Abend Guten Abend Guten Abend Alles klar Das Divo ist natürlich wieder geschehen Nicht Nach unten Ja Ja Aua Ey Leute Ich weiß nicht Ich auch Würde ich jetzt auch sagen Ich weiß nicht Ich auch Ey Oh 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 Von wo? Direkt im Todestrakt entlang Also mit dem Todestrakt weiß glaube ich jeder was ich meine, oder? Nein Deinen Darm? Ja, der auch Da sterben Schweine, oder? Ja, so riecht er auch Ja, so riecht deine Mutter auch Ja, so riecht deine Mutter auch Ohne einfach in die Küche reingebrochen Nein! Alter, da war Nein! Ich, ich, ich wollte Aline Garni runter droppen Ausreden Und war dann tot Die ist ganz unten Alibi Äh, Alibi Okay, Kavairas tot, Leute Echt? Ja Kavaira Irgendwelche Probleme? Nicht Kavaira Ah Oh Nein Oh nein Dieser Kampfschrei Bruder, nein Der Fußfittisch ist gestorben Hilf mir, Bandit Oh, Hauptsache er messert mich Für eine Unbeschwanzung Er hat dir geholfen, dass du nicht leiden musst Hahaha Ja Ich bin ja witzig, dass die TikTok gar nichts gemacht hat, Alter Ja, ich sag ja, den hätten wir kicken sollen Hier, bitteschön Danke Bitte alle kicken Alle F5 Danke Jo Sehr gut Jetzt war's dann mit TikTok Klatsch 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 Hä, was habt ihr denn alle, warum seid ihr nicht rein Achtung da kommt jemand Ach was, da wohnt keiner Ah, da wohnt keiner Ah, da wohnt keiner Ah, da wohnt keiner Ah, da wohnt keiner Todes, Alter Hauptsache wie der in Zeitlupe gestorben ist Was das Schuss? Da hat keiner gewohnt, Alter Da hat keiner gewohnt, Alter Ja, außer du Ah, äh, äh Achtung Kitschen auf jeden Fall Danke Spangen, Alter Aua Keiner einen Kill gemacht hat, aber trotzdem Also einer Und wir trotzdem gewonnen haben Trotzdem Trotzdem, die Eleby kommt rein One-Tap-Tot Ne, zwei wurden ja getötet Die TikTok hat ja Aber Leby hatte Kaum noch Leben Ja, egal, trotzdem war es Trotzdem Headshot Also ist ja eigentlich egal Ob One-Hit oder nicht Es war ein Headshot, ist ja egal Ob One-Hit oder nicht Was ist es doch Scheide, das hast du gerade gesagt Hä, hörst du mir überhaupt zu? Du hast gesagt, naja, die Eleby war ja sowieso Total low, da hab ich gesagt Ja, es war aber Headshot, egal ob low oder nicht Headshot ist Headshot Warte, chill mal ganz kurz Nimm deine Hormone Steck sie in deine Tasche und nicht Nicht weiter nach unten Shani, Shani, guck in der Aufnahme Du hast gesagt, das war Headshot, egal ob One-Hit oder nicht Ja, du sagst es aber auch nicht im Zusammenhang mit der Aussage, die ihr geäußert habt Wo ist Flo? Wo ist Flo? Wo ist Flo? Wo ist Flo? Okay, das geht jetzt nicht mehr rum, das geht jetzt nicht mehr so Zeit, du bekommst eine Bestrafung Was? Aue! Aua! Aue! Aue! Scheiße! Was? Äh, macht jemand oben Medienzentrum zu dir oder so? Nö Okay Nö Beschlossen Da war das Loll Kann man da, kann man da runter, ne ne? Und tschau Ich hab Tränensäcke Loll Aua! Aua! Ist schön, da mag ich die am liebsten Ich mag sie gerne gegrillt Aua! 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 Drei Streifen Adidas Jetzt ist nur noch Fake Adidas Jetzt ist gar kein Adidas mehr Aua! Aua! Alles klar, Vakery! Du guck grad durch mein Loch durch Aua! 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 Deine spielt auch gar nicht mehr mit Aua! Du schlecht! Aua! 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 vor 1945 vor 1945 erstens das könnt ihr gar nicht beurteilen, zweitens, es fällt euch allen oh nur weil du 97 geworden bist wie das als falsche angehört als ich dachte ah da sind ein paar gegner hab die ja noch vorhin die ganze zeit gepinkt oh mein gott junger lauft da doch nicht hin mein gott alter und ein gläß oh oh ich wollte weg wie war das vorhin mit dem wir wollen endlich mal rasieren ja doofen schmutz hat mich umgekehrt ich hab einen geholt oh sehr gut haha ihr lachsnacken 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 wen hab ich denn da eben eigentlich gekehrt war das doki ehrenlachs oh das war doki die geile Handspalte oh gott ich sag das ein gegner rechts von dir jan du Sofa-Ritzel da ist doch einer aber bin doch ein shirt geh rein jo Fischi geh rein links links dahinter links da ja ja er wurde von doofem schmutz ich hab ihn halt wirklich nicht aus mich auch und dann war meine munition der au das hat weh ja aber der schmerz war kurz her war gleich danach tot mit so jetzt beruhigen wir uns alle wieder nein ok ok ja wir beruhigen uns komm runter nein ok das letzte mal als ich Thatcher auf dieser Map gespielt hat hatte ich einen Ace damit lol da warst du noch gut Bruder 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 oder Bruder was hast du gerade gesagt Bruder 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 Ach Arim Bruder dann hast du noch gute Leute ey weiß ich nicht kenne ich nicht sind 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 wir das Badhof hinterher gelaufen weiß ich nicht und ich hatte aber auch keinen Plan wo es hingeht oder lass dir die Ringe schauen kein Ding hast du gesagt kein Ding ja lass dir die Ringe schauen kein Ding L L L L es hat keiner gesehen was mit meiner Drohne passiert sie sind auf jeden Fall unten oder über mir ich bin mit meiner Drohne aus einem sehr präzisen Call ich bin mit meiner Drohne nach außen durch ein Fenster gesprungen nach außen bis hier mal kurz kurz bei der Drohne ich bin ein Junge hoppla du 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 und ich fahre ihm gerade mit Absicht hinterher nein nein Nein! Geht da! Alexa? Zwei geht da. Kavaira! Yay! Ja, das ist nicht nett, Alexa. Ich weiß, dass es nicht nett ist, anderen Leuten zu sagen, sie sollen ihre Fresse halten, aber das ist nochmal die Wahrheit. Wer war das? Keine Ahnung. Flo? Nein. Ach, das war Flo. Nein. Ich hab's gesehen, ich war hinter dir. Gar nicht wahr. Doch wahr. Nein. Geh weg! Nein! Schön, dass du dich getroffen hast. Roamen die, oder sind die scheiße? Sind die static? Ja, die sind static, glaub ich, oder? Natürlich. Static Public Void. Lol. Was ist mit dir denn passiert? Leute! Ey, ich hab Kavera doch gekillt. Was ist denn eure Mission? Nein! Alter! Ich bin kurz vorm Loch gestorben. Ich hab Kavera kurz nach der Intrigation gekillt. Aber ich glaub, der doofen Schnürzer spielt nicht irgendwie so richtig, wie er soll. Der spielt halt ein bisschen doof. Das ist Frost. Schieß kaputt. Mach kaputt. Wo ist Frost? On Ping. Ah ja. Haben die Median Center, äh, Reinforced oder nicht? Jetzt muss ich selber nach Median Center gehen. Shunny, du hast auch ne Pumpe. Aber okay. Weißt du nicht? Ja. Die haben nichts gemacht. Ja, passiert. Nee, ich mein Ari mit Shunny. Das ist das gleiche. Fast. Nicht gar nicht. Hä? Hast du Prisma, Alter? Willst du mich verarschen? Vielleicht lag da eins, was nicht aufgegangen ist. Du hast es links in der Bar. In der Bar? Ja. In der der Bar. Sehr gut. Ja, perfekt. Bruder, ich kann nur seitlich laufen. Vorwärts geht grad nicht. Wie sie gesprungen ist, Alter. Verdammt. Das sieht so geil aus. Oh ne. Junge. Mädchen. Whatever. Beides. Oh, ich mein okay. Ah, wie wir spammen. Smokey. Nee, nur Smoke. Spielst du mit Schrot? Nee. Mit FMG. Ja. Hast du mich? Ja. Wer ist eigentlich dieser wütere Spriere? Der wurde wahrscheinlich 2015 geboren, deswegen... Oh Mann, Alter. Man kann den ja nicht kicken wegen Matchball. Ach, lol. Einen Tüte mitleid. Auch die Tüte ist leer. Ich hab ein 300er Ping. Shunny. Meatball. Ja, Meatball. Warum? Shunny, nein! 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 Was hast du für ne Leitung? Sieben, 16 km Also wenn Cavera nicht ein hässliches Face haben würde, dann würde ich schon sagen, der Arsch ist geil, aber... Das macht ja selbst Sinn Was? Ich bin aber nicht Cavera Boah, ich hab grad auch so mein Stacheldrei wieder aufgehoben Ich wollte eigentlich hier so ne Barrikade hinmachen Ja Junge, jetzt verpisst dich, ich möchte deine Tings hinwerfen Ich glaub wir gewinnen Oder auch nicht Oder auch nicht Oder auch doch Die kennen sich gegenseitig, also Bei denen ist nichts im Gehirn Doch, ne Kugel jetzt Nehme ich eigentlich auf oder wollte ich aufnehmen? Ach, keine Ahnung Weiß ich nicht Du hast die Anmod... Ne, ich hab die Anmod gemacht mit Heike Ach Wer nicht kommt zur rechten Zeit, der fährt überm Börderstreich Ja doch mal leise Schieß doch nicht gedauern Nein Seid denn da ist ein Gegner Ach, ne ohne Lachgarten Mhhh Boah, darauf hätt ich jetzt schon Bock Ach, Bruder Ach, Bruder Hat uns wegen gesagt nicht zugegenüssen Oh mein Gott Oh mein Gott Loll Wer von euch hat mich da gerade durch die Wand gebankt? Ich wollte nicht gebankt werden Ich hör ne Nomad Ne blöde Nomad Mann Du weißt nicht wo ich bin, Alter Was soll ich die Kacke Wie ist das? Was doch eh die hackt die Camps Warte ich möcht sie diesen Ich hab die Camps gehackt Gott ist die Dummen Die weiß nicht wo die Camps sind Oh mein ey, nicht gucken Nicht gucken Ok, also ich hab keinen Kill gemacht Doch ich guck, ich will gucken Ich will auch gucken Ach Gott, das soll alle gucken Ja, gucken Ja, gucken Oh Gott, wie Scheiße Ja So, dann war's das mit der Folge Ich hoffe euch hat die Folge gefallen Wenn ja, lasst noch einen Daumen nach oben Da schaut doch beim Jan vorbei Link zu mir ist unten in der Videobeschreibung Oder auf der rechten oder rechten Seite Nein Warte kurz, ich hab noch was zu sagen Oh Falls ihr zufällig Zweitaccounts habt bei YouTube Dann abonniert und liked nochmal Wow Das bringt keinen Sinn, weil es inaktiv ist Und kein Achso, obwohl eigentlich macht es schon Sinn Ja genau, macht das was Jan gesagt hat Und damit verabschiede ich mich rein Und bis zum nächsten Mal Ciao, ciao Ciao, ciao